Das Forscher-Team wird zusammengestellt. Den holen wir es hier. Viele Leute in diesem Safari-Trip. Ah, hier sind auch schon unsere Dinosaurier-Forscher. Wir haben ja sogar das Filet noch drauf. Die Teams werden zusammengestellt und die Autos werden vorbereitet. Guckt mal, wie gut ich das gemacht habe. Das hier wäre ich. Skywalker ist auch dabei. Abschleppseil und ich schicke, dass man einen rausziehen kann. Falls ein Schieb am Schlamm stecken bleibt. Ich lege den Schicke mal zu dem da. Das nehmen wir alles mit. Das sind die Küssen für die Waffen. Aber später sollen wir die Küssen auf den grünen Range Rover machen. Das ist das. Und zwei Benzin-Kalister. Und das Schädchen. Und natürlich noch das große Fangnetz. Die ganze Gepäck kommt später aufs Wolf-Wack. Das große Fangnetz von den Lina Farrig. Die von mir. Ich falte schön. Ich kann es richtig gut falten. Guck. Dann zack. Die Tür auf. Dann Tür. Zuerst. Wenn es da zu machen. Dann Tür. Zuerst. Wenn es da zu machen. So. Jetzt. So sieht das Erforscher-Team aus. Die haben alles für Technik. Das sonst ist alles. Zuerst. Zuerst. Die kann es da Ölfass. Box mit Essen. Und nochmal eine Box mit Essen. Box mit Beären. Und hier eine Picknack-Decke. Ein Ersatzrad. Noch ein Ersatzrad. Ein Anhänger. Mit dem Komposil drauf machen könnten. Und viele andere Sachen. Nämlich eine Taschenlampe. Kann man anmachen. So. Warnkelle. Scheinwerfer. Feuerwehr. Feuerlöscher. Und noch jede Menge Werkzeug. Ich führe. Alles aufsitzen. Los geht's. Alles aufsitzen. So. 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 Da geht's im Dschungel. Oh man, so ein Regen! Oh no, tropischer Regen. Hey, Leute! Macht mal bitte hinten die Klappe auf, damit Wasser rausfließt, was ihr so gesammelt habt. Jetzt können wir ja nichts zu machen. Heute sollten wir das Lager aufschlagen. Ich meine unsere Picknickdecke. Leute! Oh man, es kommen viele Blätter jetzt! Oh man, es ist ja Regen natürlich! Oh, schön! Leuchten wir uns zusammen! Unsere Räder waren wir jetzt schon weckig! Hey, guck mal, mach mal die Tür zu! Jetzt kriegt der gleich die Schnitzel in die da! Jetzt können wir das Lager aufschlagen! Jetzt tun wir schon schöner Zeit! Jetzt! Hey, Kumpel! Mach mal die Tür! Ich geh mal aus! Hier können wir unser Lager aufschlagen! Hey! Gut! Und die Essenboxen? Holen wir gleich! Ich geh mal aus! Ich geh mal aus! Ich geh mal aus! Ich geh mal aus! Alles ist voller Regen! Glück! Tschüss! Ich geh mal aus! Ei, Kumpels! Ich geh mal aus! Ich geh mal aus! Ich geh mal aus! Hey, Kumpels! Feld und Holz. Jetzt fällt ich weiter. Musik Der Techniker hat bewacht das Lager und die anderen gehen. Die vermuten, da vorne ist ein Krokodil und wir haben das ganze Fangnetz vergessen. Das große Fangnetz, Tür zu. Fenster zu, Tür zu. Jetzt gehen wir mal hier bei der Gummi-Schliefel der Seepflanzen. Wirklich hier eine kleine Insel, die man ein bisschen draus setzen kann. Der mit der Axt ist der John. Leute, ich hab was gesehen da vorne. Ein Krokodil. Na komm, das schaffen wir. Schnell, rein, mit ins Wasser. Wir müssen überraschen von ihm. Alle mal drauf. Wir haben es. Schnell, alle drauf. Wir haben es, gut. Jetzt alle abgehend. Wir müssen zusammen hinterschleppen. Ich helf. Ich helf. Die beiden Drahten, die drei. Wir haben es, Techniker. Jetzt haben wir es rausgerollt. Gut. Jetzt müssen wir das Netz auf ihm fallen. Auf ihm lassen. Wir brauchen sie. So abkannsortiert werden. Ach, schon wieder komischer Regen. Ja, toll. Das war's. Untertitelung. BR 2018